Wie lange will Amerika noch so tun, als befände sich die Welt nicht im Krieg? In Berlin, Rom und Tokio schildert man uns als ein Volk von Schwächlingen und Playboys, die britische oder russische oder chinesische Soldaten anheuern, damit sie an unserer Stelle kämpfen. Ich werde für unser Land kämpfen. Sieh bloß zu, dass du zurückkommst zu uns beiden, ja. Von Kindesbeinen an wurde uns eingeimpft, dass wir unbesiegbar sind. Unser Volk ist der Ansicht, dass Hitler und seine Naziverbrecher Europas Problem sind. Kann man denn ernstlich glauben, dass ein Sieg möglich ist, ohne sich der Gefahr zu stellen? Wir warnen vor aggressiven Bewegungen der Japaner. Der 7. Dezember 1941. Ein Tag der Schande, den wir nie vergessen werden. Wir sind im Krieg. JusAME 2021. Ein Tag der Schande. Was ist derqueror Christest, war der becomes ein Tierligsteil. Dass es der Schande, folies curved, und beragode aus Olkow. Ein Tag der Schande. Isnche Christian. Antworten wurde bei uns Clear aufgericht. Untertitelung des ZDF, 2020